Alle Spiele der Regionalliga West, exklusiv auf Sporttotal. Alle Spiele der Regionalliga West, exklusiv auf der Regionalliga West, exklusiv auf der Regionalliga West. Gegen Wattenscheid, gegen Lippstadt, das ist die ersten Minuten, dass man sich da mal ein bisschen schwer tut bei Preußen Münster. Und ja, man tut sich schwer, weil man auch dann das 1 zu 0 fängt. Aachen führt. Der erste richtige Torschuss der Schwarz-Gelben direkt drin. Ball ist frei und die Hand geht hoch von Bayritsch. Was machen sie? Was machen sie? Sie machen es richtig gut. Und die Fahne ist oben. Nicht das 2 zu 0. Boah, eng. So, Hubei Apfer. Mujama. Boah, ist das fein. Und dafür gibt es den Elfmeter. Im Duell mit Jannik Bangso. Preußen-Ausgleich oder Bangso-Heldentatz. Lorenz! 1-1. Preußen-Münster wieder back im Spiel. Und damit Wucht platziert, kann Bangso aber mal so gar nichts. Sehr guter Ball und das ist das. 1 zu 2, Torben-Dieters. Eben die Flanke von Lorenz. Noch irgendwie parallel zum Tor vorbeigeschaufelt. Und jetzt kriegt er ihn auf den Kopf serviert. Wenn er geringfügigen, wenn er geringfügigen Oberhand gesamt gesehen sprechen. Und da ist das 2 zu 2. Ich habe es gerade gesagt. Mit Ansage. Es wird mich nicht wundern, wenn jetzt der 2 zu 2 Ausgleich fällt. Und es ist wieder Jannik Mause. Hier sehen wir nochmal das 2 zu 2 von Jannik Mause. Und achtet man auf die Reaktion. Er wackelt nur kurz mit der Hand und dreht sich direkt um. Moment mal, war ich im Abseits da? Der Blick und dann sieht er, nee, Fahne bleibt unten. Und dann geht es zu den Fans. Mause stand da gerade auch noch parat. Der geht jetzt rein. Coole Variante, weil jetzt muss man bei Münster erstmal klären. Wer ist denn überhaupt für den zuständig? Und während die das machen, steht hinten Lukas Wilton komplett frei. Und wieder Bayric mit der Vorlage. Und guck mal, die Augen von Lorenz und Grote, von den Routiniers ausgerechnet, gehen nur Richtung Tor. Jetzt seht ihr es. Keiner hat den Wilton auf dem Schirm, der von hinten reingeflogen kommt. Konterchance, Alemann, ja. Bayric. Sieht Ramay, kein Abseits. Eli Ramay, da wird gestört und macht trotzdem nichts. Dann war es also dran vorbei. Und dann ist der noch auf der Linie. Wieder fit ist. Von dem es noch nicht ganz für den Startelf Platz gereicht hat. Der wird jetzt gleich kommen. Er noch ein Tickler ab. Oh mein. Über Umwege legt er sich den Senner vor. 4-2. 4-2. Eli Ramay. Der Tivoli steht kurz. Und es ist Glück dabei, dass Ramay den sich irgendwie selber durch Zufall vorlegt. Und auch das wieder ein Punkt. Das haben wir im Vorfeld besprochen. Hahn und Scherder. Das sind nicht die schnellsten. Wenn die einmal in ein 1 gegen 1 müssen, wo es auf Tempo ankommt, gegen den Ramay, gegen den Held, gegen den Mause, dann sehen die alt aus. Und das war jetzt genau so eine Situation. So. Und in 10 Sekunden ist dann auch die Nachspielzeit offiziell vorbei. Es ist und es war ein Wahnsinnsspiel. Alemann hier Aachen sorgt für zufriedene Gesichter in der Kaiserstadt. Schlägt den jetzt dann nicht mehr ungeschlagenen Tabellenführer Preußen Münster mit 4-2. Und was war das für eine Wahnsinnswillenskraft. Nee, ich mach's nicht nochmal. Ja, hier könnt ihr euch eine Playlist anschauen. Da gibt's ein ganz tolles Video von uns. Und da könnt ihr uns abonnieren. Das war das für wir heute. Vielen Dank.